Das ist die Info. Die Stadt Piau hat ein Imageproblem, vor allem in der Deutschschweiz. In verschiedenen Medienerzeugnissen aus Bern und Zürich sind in den letzten Wochen und Monaten Artikel und Berichte erschienen, wo die Seeländer Industriestadt als Sozial-Ghetto, Drogensumpf oder Ausländer Eldorado erscheinen. Aber auch in der Stadt selber gibt es solche Töne. So kämpft etwa auch Beat Feurer der SVP als Aussenforderer des Stadtpräsidenten Erich Fehr teilweise mit solchen Argumenten. Im Sitz des Stadtpräsidenten im Blöschhaus will man solche Anwürfe nicht auf sich bzw. der Stadt sitzen lassen. Erich Fehr und seine Leute haben deshalb erst einmal national reagiert und in den letzten Wochen ein paar Medienreaktionen in Bern und Zürich für Imagepflege abgestattet. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wenn über Biel in den nationalen Medien berichtet wird, dass das objektiv erfolgt. Wir hatten den Eindruck beim Präsidialstab, dass zum Teil gewisse Sachen einseitig waren. Möglicherweise auch, weil man nicht gewusst hat, mit wem wir reden. Und darum ging es, diesen Kontakt herzustellen, dass wenn wieder irgendwelche Themen auftauchen, dass mit uns Rücksprache genommen wird und wir als objektiv das Stadt Biel vermitteln können. Das ist von mir aus die Aufgabe des Stadtpräsidenten.